Das ist ein Lackaffer, ja. Lackaffer? Der heißt Lackaffer bei mir. Wer von denen? Dieser weiße hier, der hier vorne liegt. Der heißt bei mir Dacani Hi Bro. Hi Bro. Er ist deutsch, heißt der Lackaffer. Schillt seine Nugget zuttern. Einfach nur, weil der da drin chillt. Aber einfach nur, weil der da drin chillt, habe ich ihn angegriffen. Ich habe 93 Mietdinger. Hä, wo? Hä? Ist das die Quest da hinten? Was? Okay. Ich muss es stehen lassen. Mal gucken, ob man hier angeln... Ah, da oben. Mal gucken, ob man hier angeln kann. Probieren, ja. Ja, Moment, oder? So wird geangelt. Man kann hier mit Sicherheit angeln, aber ich glaube, hier gibt es keinen Fischwarm. Ein Red Tail Loach. Da kriege ich aromatisches Fischöl. Ich habe so ein Gefühl, das könnte auch wichtiger werden. Ja, das Angeln mache ich aber später. Dann mache ich das Kochen leider auch später. Ich meine, ist ja noch genug Zeit, bis wir den Radiobob starten. Muss man ja auch irgendwie überbrücken. Ähm. Siehst du diesen Brocken, der da hinten ist? Ne. Hier hinten, das grüne Ding. Ich bin oben, ich kann das nicht sehen. Achso. Da sind sie an dem See. Hier liegen überall... Nicht nur an dem See. So grüne Brocken rum. Da musst du drauf... drauf drücken. Erhöht deinen verursachten Schaden um 10%. Ja, hier überall. Siehst du diese grünen Steine? So. Jetzt können wir weiter zurück. Endlich. Ich habe jetzt 100 von diesen meaty haunch. Ich könnte es wagen, mein Pferd zu schlagen, ihr unterentwickelten Gorillas, ey. Oh, da unten ist ein Erz. Fuck. Obwohl, wir müssen ja eh da runter, oder? Ne, wir müssen in den großen Tempel. Fuck. Über die Brücke, ja. Scheiße. Naja, wir werden noch genug in der Wildnis rumähren, wo ich Erze sammeln kann, denke ich. Auf jeden Fall. Guck mal da. Was passiert denn mit den Töten? Das ist so cool zum Töten. Guck mal, der frisst dann den Baum. Ganz nach oben, schätze ich. Royal Report. At the golden throne. Also oben. Mit Sicherheit. Ich finde es gut, dass wir überall hier so Steinwachen stehen haben. Einfach nur. Das Prinzip. Boah. Ich glaube, es gibt keine Sandalari-Paladine. Es gab auf jeden Fall mal welche. Also hier auch in der Geschichte gab es welche. Aber... Was ist denn das hier? Moment. Moment. Hier gibt es neue Lehre. Alchemist. Inscription. Das ist In-Schriften-Kunde, ja? Books and Flasks. Ja, brauchen wir nicht. Jetzt sind wir wieder in der normalen Stadt. Angekommen. Das ist ja wenigstens hier oben. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Oh. Oh. Nice. Wie viel haben wir jetzt? Ich habe 88. 87. Da unten gibt es irgendwo eine Quest, habe ich gesehen. Ne? Noch eins runter? Ne, ist das hier auch ein Aufzug oder was? Ja. Hä? Alter! Der Missing Händler. Hat der so. Ist das ein Händler oder was? Mhm. Ein Händler. Rezepte und sowas. Guck mal, die Rezepte kosten 1000 Finan Gold. Krass. 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 Na gut, na gut. Oh, wir dürfen nach draußen ziehen. Kann man da hinfliegen? Ne, kann man nicht. So ist es nicht. Ne. Aber man kann runter springen. Oder? Nein? Nein? Doch? Ja? Jetzt nicht runter. Dann müssen wir hier aus einem Gelände entlang laufen. Der eine will es auch versuchen. Der kommt schon wieder zurück. Autsch. Wenn ich da runter springe, werde ich sterben mit Sicherheit. Aber nicht, wenn ich hier runter laufe. Nein! Oh, oh. Ja. Ja. Alter, dieser Geist Heiliger. I think you followed the wrong light man. Bin unterwegs. You are dead. Ich gebe es eine Yeast. Eine Yeast gibt es dann. Yeast? Eine Yeast. Bitte. Bin gleich da. Kriegerstunden der Tortolana. Ich nehme ich mit. Und ich habe die Kirsten mit den Kriegsvorketen abgeschlossen. Weiß nicht, woher noch zwölf Stück? Die nächste Kirsten wir mal anmelden. Und mich beim Pesthof anmelden. Ja, wenn ich mal wieder in der Stadt bin. Ja, ganz locker. Easy. Da soll ich mal seine Füße still halten. Ja. Wirklich. Eins fehlt mir noch. Check the scroll against your current collection. Was? Ach so, das sind solche Dinge. Ich verstehe. Oh, der kämpft, glaube ich, gerade schon. Nein, er hat ihn gerade getötet. Der Rohrenbock. Geh weg. Aber hier ist noch. Mysterious trash. Ist das wieder, wo wir dann gefangen werden? Ah. Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Was müssen wir machen? Wir stellen den Caravan-Brontos. Das ist kein Caravan-Bronto. Was ist hier? Ah, da ist einer. Da ist einer. Ich sehe keinen. Ah. Ich beiß dir in den Arsch, du ästeliges Vieh. Arsch. Uh. Autsch. Er hat mich weggehauen. Aber ich habe ihn auch gebissen vorhanden. Mich auch. Obwohl ich nicht innerhalb des Kreises war. Ah. Huch. Hört die Richtung. Komm schon. Wichtig. Soldier of the Horde. Können wir denselben da wieder nehmen? Ja. Jetzt zählt. Trotzdem. Jetzt hilft nichts. Bei mir hat es nicht gezählt. Echt? Bei mir hat es gezählt. Hm. Und nochmal probieren. Das hat so eine große Reichweite. Da kommt man gar nicht rechtzeitig raus. Silly Saurit. Mach du. Dann warte ich bis er gepuncht hat. Und dann mache ich. So. Fertig bin ich. Muss noch einmal. Einmal beißen. Jawoll. Nein. Moment. Hat nicht gezählt. Glaub ich. Tick Tucki hat. Ich muss seinen Hut stehlen. Ja. Muss auch irgendwas stehlen. Von Tick Su. Ja. Wo ist der? Da war so ein Troll. Der hat davor gestanden eben noch. Der da. Der ist ohnmächtig. Er ist benommen. Die Trolle. Achja. Achja. Nice. Und Rama ist anscheinend wieder da. Ja. Was sollen die denn? What the fuck. Ha. Guck mal da. Wo Kuba. Wo Kuba. Boah. Bald 111 oder was? Was hat der so? Acerid Power ist available. Nice. Was? Sollte ich mal ganz kurz hier stehen bleiben und das Spiel mal verlassen und mal neu starten. Was? Sollte die gewissen Grafikeinstellungen auch mal übernommen werden. Was? Ja. Dann hole ich da ganz kurz was zu trinken. Ja. Ben zurück. Ben zurück. Was ging denn hier für ein Fight-up? Ja. Da kam noch mal. Da haben die kleinen Viecher angegriffen und so. Da musste ich halt mit einschränken. Ach. Die können gar nichts. Kleiner Dreckspack. Ich glaube noch 280er Schultern aus dem Rahmen abgezogen. Hm. Na ja. Welche Annahmen? Muss halt gucken ob die Effekte vielleicht halt besser sind. Wow. Unser Questgeber ist ein Toter. Find ich gut. Das muss wie ne Schwein. Oh ja. Muswine. Muswine ist das hier. Kannst die Haut abgeben. Und das ist ein Terrorhörnchen. So einen hab ich auch. Aber nur mit einer anderen Farbe. Der sieht aber genauso aus. Fuck. Wir müssen hoch. Uh. Flug. Flug. Äh. Wie heißt das? Flugmeister. Sehr gut. Oh die rüsten den ja geradeaus zum Krisch. Nice. So. Einmal hier. Und dann einmal hier. Ja. 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 Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Das ist hier. Blacksmith. Hat der was schönes? Chemical Blasting Cap. Was? Da oben ist auch ein Gasthaus Typ. Na ja. Das sieht aus wie ne Arena. Ja es ist Jurassic Park. Ja es ist Jurassic Park. Ah ja man sieht's. Für die töten ja. Irgendwelche. Was? Irgendwelche. 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 Scheißdrecher einsammeln. Oder. Ach die da. Die Metrodons. Die Metrodon. Deine Scheiß hier ey. Kommt einfach so ein riesen Vieh rein ey. Ist ein riesen Vieh. Marking Irgendwelche Kräuter und diese Viecher Ja Das kleine Vieh muss das essen Damit der Große und Stark wird und alle zerstören kann Der wird zum Vergewaltigungs-Dinosaurier umgebaut Ähm, was kommt denn da raus? Pinky, sieben, Pinky Kann, wir töten Pinky Einfach nur das Prinzip Weil wir's können Das ist, wir müssen ja unseren Ruf erfüllen Für die Menschheit Wir gehen in fremdes Land, töten die Einheimischen Und einfach nur, weil wir's können Oh, nice Ein Schild und ein Zweihandstab Jetzt muss man hier die ganzen Die ganzen Dinger sammeln Die ganzen Appearances Weil ich's ja eh später kaputt mache Aber Trotzdem um die Erscheinung in meine Dingspunks da mit einzukollekten Oh, Ramob Was? Der Kanak ist da oben Kann der Wo ist'n der? Ganz oben? Bin schon, ja Kommen wir da hin Da ist eine Brücke Und die Brücke fängt da Das kann man auch gleichfertig machen Wieder runter sprengen oder so Also die Gilde wird langsam immer weniger Es ist doch grad mal zwanzig nach zweißen Das ist so possies, ey Was ist los mit denen? Ähm Wir hätten einfach hier hochgekonnt Nice Wow Das ist richtig unnötig Kandak Hey, jetzt zeig das mir unten an Weil hier ist ne Höhle Äh, ist unten ne Höhle vielleicht? Vielleicht geht die Höhle runter Nee, ist doch keine Höhle Nein, ist doch unten Oh my god Ja, hier unten ist ne Höhle Wow Wow Das ist so unnötig einfach Komm, wir nehmen die Einfahrer damit Ja Ja, der Pisskopf, komm mal Hä? Was macht der denn jetzt? Nee Ein Rücken Ja, auch gekriegt Ich habe einen besseren Arrge Ich habe immer noch nicht diese 100 Kriegsressourcen Ich fahre wieder zurück und muss die aus sammeln Irgendwie, so irgendeine Kiste oder so No, no Die Höhle Daycare Daycare Ich habe jetzt sieben Sachen, die ich rein theoretisch zerstören könnte Weiß ich nicht Ja, cool Das war da oben, gell? Das ist cool Ja gut, ich habe ja die Schultern sind ja auch mit Azarit vollpumpbar, deswegen Wie meinst du? Die Schultern ich gefunden habe Ja, musst du halt gucken Hattest du nicht vorher schon ganz am Anfang die Schultern ausgewählt? Nein, da hatte ich dann doch den Umhang genommen Okay Oh, ich bin Level 111 Was ist los? Und wieder los Muss mal kurz ein paar Zeug verkaufen Sammel 10 dampfende Scheiße Bei mir steht Streaming Fresh Carrion Ars Ja Ars ist keine Scheiße Ars ist totes Fleisch Die Tzuka, nee, was? Da Tzuka Irgendwie da Wie ging das nochmal? Oh, da kommt doch gerade was an, was wir gebrauchen können Oh Oh Komm, ich habe gerade noch schön Kataklysmus drauf gemacht Das ist so kleine Spastis Oh, Tuggi Angeblich Angeblich brauchen wir da drei Leute für Ja, drei mit Standard-Equenfeld Das sind krass Da ist er Es fehlt eurem Jungtier aktuelles einzugreifen Ich greife einfach mal hier random die Dinger an Ich weiß nicht, ob das die sind, die wir brauchen Kühnfahrers Plum Ja, wo ist denn dieses Vieh, was angeblich so krass Achso, das ist eine ganz andere Richtung Das haben wir doch gerade gekillt Nee, nee, das war was anderes Den, den ich meine Der, wofür man angeblich drei Leute braucht Das ist in einer anderen Richtung Guck mal, da ist schon wieder diese komische Dings Ja, ja Hä, was ist das jetzt? Hör ich damit Dieser Jani Jini Ja, Jani Ja, ja Ich meine nichts Hm Ah ja, wenn du nicht willst Ich meine Ich betel jetzt nicht darum Die Kurs für die zu machen Hedgling commanded to fight Habe ich doch gemacht die ganze Zeit Hä, das hat überhaupt nichts Das bringt gar nichts Vielleicht musst du die alleine killen Oder musst du diese kleinen killen Nein, die Hedglings sind ja die, die man quasi Ah, warte mal Wollen wir nichts? Habe ich schon, der rennt nur weg Nein, du darfst ja nicht töten Ja, was soll er sonst machen? Ja, warte mal Passiert nichts, habe ich schon probiert Mach zwei Schaden und dann bleibt er stehen Und dann wird er vergefaltigt Hast du auch null von zwölf, warte mal Ja Ich hoffe überhaupt nichts Ich verstehe nicht, was sie von mir wolle Hm Vielleicht Das ist invalid target Das heißt, es müssen Diese kleinen Hedglinge sein Das ist ja offensichtlich Invalides target Oder ne Hä Ich verstehe überhaupt nicht Wie das funktionieren soll Vielleicht müssen wir den fast töten Und dann Das Vieh das letzte Ding macht Lass uns mal ausprobieren Hier bei dem Ich weiß nicht, so bis 10% Fuck Hat nichts gebracht Hat er es getötet bei dir? Ja Ich habe eine Idee Warum greifen die nicht an? Die Hedglinge Das verstehe ich nicht Was steht denn im deutschen drin? Im deutschen Stränden steht, dass man Junkier befohlen zu kämpfen Als nächstes müsst ihr eurem kleinen Schützling beibringen, wie er sich verteidigt Im freien Wildbahn sind Terrorhörner auf dem Speisefall viel größere Kreaturen und besonders die Jungen sind leichte Beute für Sauriden und andere Jäger Geht den Willen lande und bringt euren kleinen bei, wie man Feinde abwehrt Das Horn ist der Schlüssel, Chaosburg Was ein Horn auch immer da meint Warte mal Vielleicht mussten wir da irgendwas aktivieren Da, wo wir die Quest bekommen haben Dass wir uns in irgendwas verwandeln müssten oder so Ich nehme das hier Moskito? Eik Ich verstehe das nicht Das ist ein Erz, das verstehe ich Meinst ich? Wollen wir denn diese Quest bekommen? Hier oben, ne? Oder? Das kann sein Sicher? Nee Im anderen Camp haben wir die gekriegt Wo war denn das? Ja, aber das kann doch nicht sein Nee Ich krieg gar nichts Ich verstehe überhaupt nicht Hedgling? Ja, Hedgling, aber Die Hedglinge, die machen hier nix Die stehen nur hier rum Das sind die Hedglinge hier Guck hier, stehen ganz viele Hedglinge Und ich den jetzt sage hier angreifen Ja, nee, der Hedgling nicht Das Vieh greift an Also der Diahorn Hedgling Aber Hä? Ich Vielleicht müssen Ist das vielleicht Verbackt die Quest? Könnte sein Was ist, ich brech sie mal ab und nimm sie mal neu an Abandon Aber wo nimmt man die an? In dem Lager Da haben wir gerade das eine Vieh töten hier hinten Das, wo man angeblich für drei Leute braucht Ach so, das ist ein Typ Ach ja Easy Erz Da oben Ne? Hm Das würde mich aber jetzt mal interessieren Ist das verpackt? Ist das nicht verpackt? Machen wir es einfach falsch? Das weiß ich nicht Meinst du hier hinten oder was? In dem Lager? Naja Da haben wir den Herr Im Jurassic Park Das ist Andalari Empire Also nämlich hier Der ist ja Unterstützt euer Jungtöp im Kampf gegen zwölf Kreatoren Ja Das doch Machen wir es nochmal probieren einfach oder? Ja Ansonsten behalten wir einfach die Quest und Keine Ahnung Also später Ja Ich weiß das nicht Das heißt ja nur, dass man den einfach in den Kampf schicken muss Zwölfmal, aber Da passiert überhaupt nichts Ne Das ist verpackt Ich kann mich echt vorstellen, dass es verpackt ist So Wir haben ihn befohlen zu kämpfen Hat er ja auch gemacht Und jetzt geht's dann Ja, aber hat nichts passiert Ja Naja, dann können wir den Fortschritt erst später machen Ja, ist halt so Wir brauchen das halt für den Erfolg Aber wenn das nicht geht, das geht's nicht Vielleicht in einem Oh, komm hier Taucht gerade ein Herz auf Nice Roten Stein, roten Oh, Mann Ich will keinen verkackten blauen Stein Mann, ich will einen roten Eine roten Was kann mit dem nur? 30 30? Kopfstoß für Anfänger Ich glaube, das habe ich im Chat gelesen So heißt die Quest Ich glaube, die ist verpackt Soll ich mal gucken? Also Goggle Wie heißt die Quest auf Deutsch? Kopfstoß für Anfänger Kopfstoß Für Anfänger Verpackt Willkommen zurück Was? Fuck Headbutting Ja Also die Ich verstehe jetzt Ich verstehe jetzt, was das mit den Steinen auf sich hatte, dass die so wenig gegeben haben Jetzt geben die mehr Jetzt geben die grünen Steine schon 30 Crit zum Beispiel Okay Wahrscheinlich, weil man erst Level 110 war und jetzt auf 111 quasi erst die Sand aller Dinge aktiviert werden so richtig Was machen du? Ich guck gerade Frag dich doch mal in der Gilde, ob die da Probleme haben Ach nee, die sind ja in einem anderen Gebiet, gell Mhm, sind ja Guck zum Handels-Channel Oder was? Kann ich das auch? Nee, habt ja nichts zu stehen Naja, gut Laribol Ich hab ein Laribol bekommen, Sim Ein Laribol? Ein Laribole Ja, das ist ein grüner, blauer Stein Hier ist ein Rahmen ab hier unten Ich wegschicht oben Erstmal die Quest hier unten nehmen und dann den Rahmen ab oben nehmen Ich hatte keine thats good Teile Süß мал Birth Ich wue